Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Clutch of Clans mit mir, dem Fred, und heute wollen wir mal gucken, wie leicht man denn, äh, ich glaube 600 Juwelen Warnes bekommen kann. Ich habe nämlich schon zwei Achievements fertig. Schatzmeister, sammle 100 Millionen Gold aus der Schatzkammer und etwas weiter unten, entwickle zwei Gebäude mit dem Meisterbauarbeiter weiter. Wenn ihr euch erinnert, ich habe diesen Turm hier abgegradet, den muss ich mal eben, eigentlich müsste ich ihn tauschen, hier außen ist er ein bisschen besser aufgehoben. Äh, okay, das müsste eigentlich, eigentlich müsste das passen, wobei, nee, ich bin doch mit einer Sache nicht zufrieden. Das müsste noch getauscht werden, oder lieber das? Okay, wir machen das mal so, wir machen das mal so. Also, ich habe das weiterentwickelt und wir haben noch eine Sache offen, die ich noch machen könnte, und zwar ist das, nicht nur, dass wir ein paar Sachen abbauen, nein, wir müssen noch die Kampfmaschine reparieren. Dafür fehlt noch ein bisschen was, dafür fehlt noch, äh, 200.000 nicht ganz. Sonst, hoffentlich klappt das. Ich weiß nicht genau, ob ich noch so viel, ich weiß halt nicht genau, ob ich noch so viel Loot bekomme. Ob ich noch so viel Loot bekomme. Warte mal, wir machen mal sechs Stück. Sechs hautraufriesen und 30, nee, warte mal, wir nehmen mehr Barbaren. Es ist einfach nirgendswo in der Nähe, ist einfach, äh, irgendwie ein Zerschmetterer oder so. Deswegen müsste es eigentlich funktionieren. Ich weiß, dass da irgendwo eine Falle ist, da, da, dazwischen, deswegen, da müssen wir gucken, lauf rein, lauf rein, lauf rein. Da ist keine Falle, okay. Da ist keine Falle, okay, okay, da ist keine Falle. Ich hatte gedacht, da wäre irgendwie eine Falle gewesen. So, das Ding ist kaputt. Schicken schon mal ein bisschen was hinterher. Machen schon mal die Doppelkanone kaputt. Und dann müsste das hoffentlich funktionieren. Wir brauchen jetzt erst einmal hier einen Sieg. So, dann kriegen wir ein bisschen Loot. Dann müssen wir gleich mal, äh, Kassensturz machen, ob ich sonst noch ein bisschen Loot bekomme. Aber das sieht schon mal, ich glaube, das sieht nicht so schlecht aus für zwei Sterne. Nein, es sieht doch schlecht aus. Sie laufen nicht dahin, wo sie hinlaufen sollen. Und, oh nein. Nein, sie sind nicht dahin gelaufen, wo sie hinlaufen sollen. Und deswegen kriegen wir nur einen Stern. Oh, weil sie, weil sie die Maisdeute nicht mitgenommen haben. Oh, das könnte nochmal hart werden. Wir müssen echt gucken. Also, ich brauche... Nein, so knapp verloren. Äh, ich muss den Turm anschmeißen. Wir müssen den Uhrenturm anschmeißen. Ich habe auch angekündigt, dass ich aufnehme. Ähm, das hatte ich gesagt, beziehungsweise hatte ich das den Leuten versprochen. Äh, noch ein Juwel. Noch ein Juwel. Ich hatte das den Leuten versprochen, dass ich das sage vorher, wenn ich aufnehme, damit die da ein bisschen im Chat ein bisschen Party machen können. Äh, Fried nimmt auf. Fried nimmt auf. Und, ja, wir gucken mal eben nach. Also. Weiter geht's. Ich brauche Loot. Ich brauche unbedingt Loot. Wir müssen, wir müssen, wir müssen Ressourcen sammeln. Wir gehen jetzt von unten rein. Diesmal nehmen wir... Aber brauche ich überhaupt... Brauche ich überhaupt eine Mauer... Eine, 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 eine Bombenwerfer? Nee, oder? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins. Hier ist hier eine Falle irgendwo. Au, da war eine. Alles klar, da war eine Falle. So. Zwei, drei. Gucken wir mal, dass wir schon mal ein bisschen was aufräumen. Da war aber... Ist irgendwo noch... Da könnte noch eine Bombe oder so. War es eine Bombe? Okay, da ist eine Bombe. Allerdings sind da nicht alle reingelaufen. Komm, schnapp dir da Türmchen. Schnapp dir da Türmchen. Ja, das ist weg. Da ist auch was weg. Wir warten noch ein bisschen ab. Wir müssen, wir müssen echt aufpassen. Die dürfen nicht in den Zerschmetterer reinlaufen. Ja, genau, dahin. Dahin, dahin, dahin. Alle dahin. Alle zur Meisterhütte. So, Meisterhütte ist jetzt gleich down. 36, 39. Okay, das war's. Okay, das wird wahrscheinlich noch etwas... Äh, 42% wird wahrscheinlich noch etwas länger dauern, bis ich den Loot mal hier zusammen habe. Alter. Das dauert es. Das zieht sich ja. Alter, vielleicht muss ich auch mal was an meinem Dörfskin ändern. Vielleicht können wir eins nachbauen. Allerdings. Wobei. Ah, Kampfmaschine. Ey, die haben alle eine Kampfmaschine, nur ich nicht. Die haben alle eine Kampfmaschine. Und das dauert jetzt erstmal Jahre. Vielleicht können wir uns irgendwo eine kopieren. Ich bin Meisterhütte 6. Und wir gucken mal nach. Ich bin bei ungefähr 1.800 Pokalen. Äh, vielleicht hier irgendwo so bei 2.000 oder so. Wir gucken einfach mal nach. Ich brauche nur Meisterhütte 6 Base. 5. Oh, oh, der ist sogar erst auf 5. Der ist sogar erst auf 5. Gefährlich. Das könnte doch eine Base sein vielleicht. Ja, Meisterhütte 6. Das sieht gut aus. Layout kopieren. Das machen wir mal. Oh, ich habe sogar noch eins frei. Perfekt. Aber der hat so viel Freiraum. Was habe ich? Was hat er denn da? Was ich nicht? Ja, Brutzler hat er. Ich habe noch keinen Brutzler. Kann ich den bauen? Aber wenn ich ihn bauen kann, kann ich die Kampfmaschine nicht reparieren, ne? Ja, ja. Deswegen bauen wir das noch da. Deswegen bauen wir das noch da. Und dann müsste das passen. Oh, der braucht immer noch... Alter, wie lange braucht der denn, ey? Vielleicht können wir das mit der... Vielleicht können wir das mal eben ganz schön mit den Clanspielen verbinden. Ich will die Gems haben. Ich will 600 Gems haben. Ich weiß nicht, ob wir das hinkriegen. Ich muss ja vielleicht noch ein bisschen gewinnen. Hier. 225% Zerstörung. Das kriegen wir doch hin. Ich hatte gestern eine Aufgabe für 1000 Punkte. Das war echt... Das war übel. 350 Mauerstücke zerstören in... In Dingenskirchen hier in... Im Nachtdorf. Im Nachtdorf. Und wir müssten das nicht gewinnen, weil er jetzt... Ne, wobei, er hat keinen Stern. Er hat keinen Stern. Wir aber schon. Das bedeutet, er braucht schon 50%. Oh, wenn er gleich nach links fliegt, dann hätten wir es ja trotzdem noch gewonnen. Wenn er gleich nach links fliegt, dann zieht er sich einfach so dermaßen. Lasst mich doch schon weiterspielen. Lasst mich doch bitte schon weiterspielen. Wir lassen mal den Chat offen nebenbei. So. Fred, bist du noch da? Ja, ich nehme mir auf. Also... Natürlich bin ich noch da. Komm. Keine 50. Das sind 48%, glaube ich. 49. Komm. Es reicht. Es wird reichen. 4, 3, 2, 1. Und wir haben es. Hoffentlich. Ich habe mich doch nicht verzählt, oder? So, 819. Es wird reichen. Es wird reichen für die Kampfmaschine. Ich glaube, es wird reichen. Hoffentlich. Bitte. 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 Okay. Jedes Mal nehmen wir mal drei Stück mit. So, ein bisschen ablenken. So, nein. Spreng mal offen. Genau. Alles offen machen da vorne. Bitte, bitte, bitte. Alles offen sprengen. Eine Seite schon mal ein bisschen aufräumen. Das nehmen wir auch mal eben mit da vorne. Und jetzt einfach warten. Jetzt sprengt es. Sprengt es. Ja, es ist offen. Es ist offen gesprengt. Jetzt warten wir mal eben ab, bis die Hau draufriesen sich zumindest noch mal um eine der beiden Sachen gekümmert haben. Aber die... Oh, die Bombenwerfer haben noch ordentlich mitgeholfen. So, da noch drauf. Da noch drauf. Da noch drauf. Ein bisschen verteilen mal eben ganz schnell. Und jetzt bitte zur Meisterhütte. Oh, das könnte der erste gute Angriff werden. Hoffentlich verliere ich den dann nicht. Yes, zweiter Stern. Zwar ein paar noch in die Bombe reingelaufen, aber okay. 56 Prozent. Schnappt euch noch die Luft. Äh, die Luftabwehr. Die Kracher noch. Perfekt. 59 Prozent. Wäre natürlich ärgerlich, wenn ich deswegen jetzt... Wenn ich dann trotzdem verlieren würde, obwohl wir eigentlich relativ gut angegriffen haben und 59 Prozent geholt haben. Der Gegner greift noch an. Wir gucken mal nach. Bitte nicht. Okay, einigermaßen viel Luft. Aber ich habe noch Luftabwehr da. Yes, 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 yes. Das wird reichen. Er holt keinen zweiten Stern. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Er wird keinen zweiten Stern holen. Okay. Zweiter Sieg. Zweiter Sieg. Zweiter Sieg. Bedeutet, es fehlt nicht mehr so viel. Es fehlt nicht mehr so viel zum Sieg. Komm. Oh, beeil dich doch. Es hängt, es hängt, es hängt. Super. Wir gucken mal, ob wir in den Chat rein. Aber wohnen. Wann machen wir CW? Morgen. So. Und jetzt haben wir 900... Wir haben's. Wir müssen gar nicht mehr angreifen. Wir haben's. Wir haben's. Ich kann sie wieder aufbauen. Und jetzt. Ah, okay. Es ist noch... Es ist noch nicht fertig. Aber habe ich nicht noch ein Buch? Nö, haben wir nicht. Na gut, dann kriegen wir sie doch. Ach stimmt, es dauert noch elf Stunden. Ich dachte, sie wäre sofort fertig. Aber okay. Dann dauert es halt elf Stunden. Aber ansonsten... Können wir ja trotzdem noch mal... Warte mal, habe ich die Zerstörung? 59. Eww. Wir können trotzdem mal eben uns die anderen Gems schon mal holen. Wie viel kriegen wir denn noch on top? Einmal... Nee, kann ich ja jetzt gar nicht. Ah, wir bauen ja die Kampfmaschine aus. Wir haben sie ja gar nicht. Ja, aber wir können den Rest nehmen. 500 Gems. Nehme ich gerne mit. Und... Noch einmal. So easy bekommt man 530 Gems. Das ist doch mal erfreulich. Das ist doch mal erfreulich. Aber wir versuchen jetzt natürlich noch mal eben die Zerstörung zu holen. Können auch euch mal andere Taktik nehmen. Sankarbaba. Ja. Nur andere... Ich finde irgendwie alle anderen Taktiken als... Die, die wir jetzt gerade haben, fand ich dann irgendwie nicht so lustig. Oder nicht so... Nicht so vielversprechend. Aber die Doppelkanone können wir schon mal mitnehmen. Die nehmen wir auf jeden Fall schon mal mit. Und... Die nehmen wir auf jeden Fall schon mit. Könnt ihr aber mal in die Kommentare schreiben, welche Achievements habt ihr denn alle schon bekommen. Also Supercell bzw. Clash of Clans gibt ja relativ viele Gems raus im Laufe der Zeit. Für diese ganzen Sachen. Erreiche so und so viele Sterne auf der Kampagnenkarte. Oder hole Sterne hier im Clankrieg. Oder in der CWL. Oder sonst was. Okay. Da war eine Bombe. Wir machen eben schon mal ein bisschen Platz. Da gehen wir rein. Und dann gucken wir mal, dass das funktioniert. Dass das Stadter schnell offen geht. Da setzen wir die hin. Kommt Leute. Beäulung. 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 Hau drauf Riesen. So. Da war noch der Wachposten. Okay, das ist das... Ich glaube, das wird nichts in dieser Runde. Ich glaube, das wird nichts. Außer wir haben jetzt noch extrem viel Glück. Aber es läuft schon wieder falsch. Oh. Das war der schlechteste Angriff aller Zeiten. Ich muss unbedingt noch einen normalen Angriff machen. Sonst werde ich zu sauer. Sonst werde ich einfach zu sauer. Okay. Äh, das ist doch die Freundesanfrage. Das hat nichts mit den Achievements zu tun. Hier aber noch. Ich hab's ja schon fertig. Wir sind schon mal über 3000 Punkten. Ich könnte mir also schon wieder was holen. Buch der Helden. Hm. Nämlich das für die... Könnte ich... Ich könnte es mir... Ah, nee. Kann ich ja nicht. Kann ich ja nicht. Kann ich ja nicht. Deswegen. Wir müssen jetzt auf jeden Fall noch einen normalen Angriff machen. Müssen wir mal gucken, dass wir noch ein bisschen Loot bekommen. Ich hab elf Drachen. Warte mal. Elf Drachen? Hab ich denn sonst nichts? Ein paar Loons noch. Okay. Wir haben echt nur Drachen only. Müssen wir mal gucken, dass wir da auf jeden Fall einen gescheiten Gegner finden zum Angreifen. Oh, der hat viel Loot. Ich würde auch sagen, komm, wir nehmen ihn einfach mal mit. Andererseits, nee. Der hat das so weit verteilt. Dann, Leute, einen kurzen Cut und bis gleich. Okay. 418.000 von beidem. Er hat einen X-Burgen im Ausbau. Er hat einen Tesla im Ausbau. Die Luftabwehr ist noch nicht ganz so hoch, wie es eigentlich für Rados 9 sein sollte. Deswegen, ja. So die Hälfte des Loots können wir da auf jeden Fall kriegen, wenn wir uns anstrengen. So, Drachen verteilt. Held setze ich jetzt noch nicht. Beziehungsweise beide. Er kommt noch da. Einmal gefriezelt. Nochmal gefriezelt. Nochmal einen Wutzauber drauf. Die Luftabwehr muss natürlich schnell down. Und dann versuchen wir, die Helden gleich als letztes zu setzen. Damit wir da vielleicht noch ein bisschen Loot mitbekommen. Das wäre natürlich gut. Das wäre natürlich genau nach meinem Geschmack. Da ist ein Feger noch in der Mitte irgendwo. Ja, da, 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 da ist er. Ansonsten, wenn ich das Rados bekomme, kriegen wir natürlich auch noch ein bisschen Loot. Das Rados ist ja auch ein Ressourcengebäude. Es sieht aber besser aus als erwartet. Es sieht viel besser aus als erwartet. 131.000 Gold sind nur noch da. Das sieht gut aus. Wir sind schon wieder, ich brauche glaube ich 3,2, um wieder was auszubauen. Oh, im Endeffekt, es neigt sich so langsam dem Ende entgegen, was so die Ausbauten angeht. Aber dann habe ich noch die ganzen Mauern vor mir. Dann habe ich die Helden noch vor mir. Oh Gott, das wird ewig dauern. Aber bis man mal, bis man, also bis ich das Zeugs alles ausgebaut habe, das geht. Nur die, wie gesagt, die Mauern dann, das wird noch dauern. Oh, zum Glück ist der König gerade in die Bombe reingelaufen und nicht die Königin. Das wäre echt ärgerlich gewesen. Die Königin verträgt das ja gar nicht. Hier habe ich auch keine Skins. Ne, Free-to-Play, deswegen, wir haben hier keine Skins. Aber wir haben ja wieder jetzt 530 Juwelen. Road to 10.000 Juwelen ist auf jeden Fall noch machbar. Je nachdem, was ich noch für Achievements bekomme. Champions League Achievements habe ich ja hier auch noch nicht abgeholt, weil ich ja noch nicht in Champions League war. Aber, oh, wir kriegen 100%. Ich glaube, wir kriegen 100% hin. Das werde ich auch noch nicht schlecht. 32.000 Dunkles haben wir. Ich weiß nicht genau, wie viel ich brauche, um mir da was abzugraden. Ich würde echt gerne die Königin erst auf 15 ziehen. Das wird allerdings schwierig. Die Königin braucht halt mehr Dunkles als der König. Da müssen wir ein bisschen sparen. Aber wir kriegen ja auch noch den Bonus dabei. Vielleicht, wenn wir noch einen Klankrieg starten, kriege ich nochmal einen Bonus dabei. Und wir kriegen jetzt erstmal 100% unerwartet. Nicht schlecht. Oh, ich habe höhere Mauern als er. Er hat sogar noch einige 7er Mauern. Ich habe sogar schon einige 9er Mauern. Ich habe noch keine einzige 10er Mauer. Die werde ich mir aufsparen, bis ich erstmal... Oh, ich muss die 9er machen und dann noch die 10er. Es wird zu lange dauern. Ich werde, glaube ich, die letzten 12 Monate danach... Also, wenn hier alles fertig ist, werde ich die letzten 12 Monate nur noch Mauern farmen. Einfach nur noch. Nur noch Mauern farmen. Oh, das ist jetzt der übliche Vorgang. Es guckt einer zu. Und er wird wahrscheinlich dann gleich sagen, Oh, der Fred holt 100%. Guckt mal zu. Und dann schreibt einer im Chat, geiler Angriff, Fred. Das ist ein guter Angriff. 99. Und macht es fertig. Und dann haben wir 100. Und dann gucken wir jetzt mal nach. Ich habe die 3,2 Millionen für den Ausbau. Ich habe noch einen Bonus. Wir können auch mal anfragen. 3 Millionen. Verborgener Tesla. Perfekt. Den mache ich auf jeden Fall. So. Boah, das ist... Es ist, glaube ich, gar nicht mehr so viel. Einen verborgenen Tesla. Alter, das... Das war's. Das war's. Ey, das war's. Dann habe ich ja gar kein Gold mehr zum Ausgeben. Bis aufs Rathaus. Alter. Okay. Das ist jetzt echt unerwartet. Dann werde ich nur noch mit... Ja, aber mit welchen Truppen soll ich denn dann angreifen? Okay. Die Königin ist viel zu teuer. Die können wir uns noch gar nicht leisten. Äh, Mauern kann ich auf jeden Fall schon mal ein, zwei Stück wieder machen. Es ist... Es ist... Es zieht sich. Oh, 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 oh. Das zieht sich sehr, 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 sehr in die Länge mit den Mauern. Warte, wir machen das von hier. Ich werde jetzt auch ruhig alles ausgeben an... An... An Elex, was ich noch habe. Eine Mauer reicht ja noch. Wir können ja mal gucken. Es ist... Es ist so viel noch. 100. 21 Mauern. Und dann nochmal alle nochmal höher. Und die... Die... Die Helden kann ich auf 30 machen. Alter Schwede, bis das Max ist. Das wird dauern. Das wird auf jeden Fall dauern. Das wird auf jeden Fall noch ein Mammutprojekt werden. Aber es macht ja auch Spaß. Macht's gut. Dankeschön fürs Zuschauen. Und nochmal einmal in den Chat. Und... Fred wird gleich online kämpfen. Denk ich mal. Und dann bis später. Macht's gut. Tschüss. Ausgut. Ausgut. Untertitelung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017